Was machst du denn da? Schmutzige Wäsche waschen. Okay. Wäsche waschen. Wäsche waschen. Wir werden heute mal die Automaten hier in Frankreich ausprobieren. Ja. Denn bei jedem Carrefour gibt es ja die Automaten und die haben wir jetzt mal, haben wir einen gefunden und die probieren wir jetzt mal aus. Dann lass uns das tun. Ja, ich brauche noch deine Hose. Meine Güte, meine Hose. Hier. Oh, oh la la. Willst du mal das Laken abziehen, das von der mittleren Matratze bitte? Ja. Die andere Bettwäsche, die waschen wir später mal, denke ich mal. Ich weiß gar nicht wie viel da reinpasst jetzt bei 9 Kilo. Wenn das noch reinpasst, nehmen wir die andere Bettwäsche auch noch. Das reicht. So, jetzt gehen wir mal ins Abenteuer. Wie immer die funktioniert. Das werden wir gleich sehen. Guck mal, gucken wir erstmal. Da gibt es eine App. Da gibt es eine App. Glaube ich. Gucken jetzt erstmal. Ja. Na, wir scannen den Cota jetzt. Ja. Scannen den Cota My Revolution heißt das. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal. Also, Wäsche einfügen. Wäsche leeren, Wäsche einfügen, Beispiel eventuell zufügen. Was machen wir denn? Neun? Zwanzig? Ne, neun Kilo. Drück einfach. Das ist keine App. Scan, Identify. Ne, ne. Wir wollen nicht voten. Aber wir wollen waschen. Waschen nicht trocknen. Das hier, haben wir 9 Kilo Maschine. Ideal. Das ist nochmal Beispüle zufügen, denke ich. Und das andere ist beides, mit Desinfektion. Okay, wir probieren das hier. Wir probieren das hier. Ein SMS? Ja, wollen wir. Wie? Ja, mach mal. Mach mal hier die Nummer. 0049? Achso, das sollten wir ja. Guck mal, der hat die 33 zu vorn gegeben. Ah, okay, dann ignorieren. Hallo, validier, ignorier. Ah, dann würde der bestimmt eine Mitteilung schicken, wenn das Ding fertig ist, ne? Card. Card, ja. Okay. Continue. Okay, Pay. Karte. 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 Mach doch nur 40 Grad. Achso. Das ist gut. Oh. ok, was tut sich jetzt? 35 minuten steht hier. ok, kann man schlecht lesen durch die kamera, aber 35 minuten ja, mal schauen wann der startet. dann haben wir alles richtig gemacht wenn er startet. wir wollen noch etwas fotografieren, ein bisschen übersetzen was hier drauf steht, aber jeder hat ja auch eine app. ich denke auch. mit einer übersetzungs-app. da guck mal, wir müssen gleich startdrücken. startdrücken ist gut. go. der ist gut. ja dann geht das display auch an. ah guck mal, dann geht das display auch an, genau. hier, ich hoffe man kann das erkennen, das spiegelt ein bisschen. und sms benachrichtigungen gibt es nur im inland, also nur mit einer französischen nummer. eigentlich sehr schade. ja, das ist wirklich schade, weil dann könnte man bestimmt sehen, wann die maschine fertig ist, oder? deswegen waschen vielleicht auch die franzosen sehr viel hier drin. ja, läuft. da bin ich mal gespannt, ob wir unsere unterbuchsen wieder bekommen. und in der größe. zahlung kann sowohl mit karte als auch mit kleingeld erfolgen. also ihr seid nicht unbedingt auf karte angewiesen, sondern ihr könnt das auch mit münzen machen. ihr habt hier drei, nein, zwei waschmaschinen und ein trockener, beziehungsweise ihr habt das gleiche im doppelformat. und zwar zweimal 9 kg und zweimal 20 kg und zwei trockener für 20 kg. die preise seht ihr da oben, das ist momentan der stand für die preise, was unsere maschine kostet. ja, jetzt warten wir, was da rauskommt. also witzig war ja auch noch, dass wir vorhin jemand gesehen haben, der hier gereinigt hat. der hat tatsächlich die ganzen maschinen gereinigt, der hat ein neues weichspüler eingefüllt und der hat lange gebraucht. die müssen ja, die müssen ja Bargeld rausholen. ja genau, das hat er auch noch gemacht. Bargeld rausgeholt, der hat die wirklich komplett hier sauber gemacht draußen und hinten sauber gemacht. der hat alle maschinen gereinigt mit desinfektionsmitteln. also wir konnten es genau beobachten. wir haben einen blick darauf gehabt. also wir stehen auch direkt davor, das ist das gute. das heißt, wir können direkt sehen, wenn unsere maschine fertig ist. was passt du rein? boah, 20 kg. vielleicht nicht wie fast nicht, aber größentechnisch vielleicht. jetzt trocknen, die andere ist auch gleich fertig. ja, dann packen wir die aber ja mit rein. ja. so, die nächste. okay, die braucht noch eine minute. hast du die andere gedreht und geguckt? ja. ich wollte irgendwas gucken, warte mal. wir haben ja mit beispüler gemacht. ja. ja. aber ist richtig gut. also braucht ihr keine angst haben. völlig neutral. ich habe schon getatscht. mach mal. jetzt wollen wir trocknen. trocknen. ja. ja. wir haben handtücher drin. trauen wir uns nochmal? oder extra trocken? tja. ne, ich würde normal machen. oder? ja. uch. welches nehmen wir jetzt? 40? 40 minuten? 60 minuten? 18 minuten? ist zu viel. eine Stunde? komm. mal eine Stunde. satt? jetzt bist du wieder dran. zau machen. was machen wir denn unten? im turnier, ne? das untere, ne? wir sind das französische sprache nicht mächtig. sollten wir gleich mal übersetzen. ja. drück einfach, nicht nur bummen gehen. so, und da spielt hier wie gerade. das war's schon. drücken wir Start drücken. hier oben ist ein Display. drücken wir Start. 61 minuten? ja. super. also für die erste Aktion mit diesen Automaten haben wir das ganz gut gemeistert. ist gedreht? ja, da kann man nichts mehr tun. und was ist dein Fazit? du, ist echt gut geworden. also ich war ja eher skeptisch. vor allen dingen so hygienemäßig. aber der war ja heute morgen da und hat alles geputzt. hast du ja gesehen, ne? das war ja sehr klasse. wir haben jetzt auf 60 minuten doch gemacht. hitze, ne? ja. also ich glaube, 40 Minuten hätte in dem Fall gereicht. aber man kann das ja nicht einschätzen, weil da ja immer Handtücher drin sind. ja, die Wäsche riecht auch total klasse. also wir sind zufrieden. neutral. ja, wir sind zufrieden. ja, kann das empfehlen. und ich glaube, das nächste Mal wird es auch für uns ein bisschen besser laufen, weil es war ja das erste Mal. ja, sehe ich auch so. und wo ist meine Hose? da. Dankeschön. und wieder anziehen. mach ich. perfekt. so wird Wäsche zusammengelegt. komm, wir tauschen mal. zack, zack. fertig. meine Beutel sind so zack einfach. hier ist noch ein Beutel. machen wir so. machen wir so. so. und fertig. du machst das hier einfach. zack. läuft. die Kamera aus. so. jetzt sind wir wieder für 10 Tage gesaved. Wäsche ist drin und wir fahren jetzt weiter. vor ihnen werden sie ja und dann ist, wir müssen noch sagen. dr Raun Hugo